Hello, wir sind wieder da. So, grüß euch Leiland. Willkommen hier wieder zurück hier im Viertelfinale zu Leo gegen Dortmund. Genau, Leo. Ich spiele Manchester City alias Leo. Leo. Black is black. Ja, genau. Und, kannst du auch blau? Nein, blau kann ich nicht. Nein, blau kann ich nicht. Blau kann ich nicht. Ja, zweite Viertelfinale. Spill. Das erste für Leo. Genau, der gehört da nicht hin. Das zweite schon für die Dortmunder. Also keiner von beiden hat es je in einem Halbfinale geschafft. Das wird sich hier ändern. Ändern, 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 ändern. Ändern, ändern, ändern. Das wird sich ändern. Na gut. Ich hoffe, du hast die Wuchtleinmatch, Sven. Ich hoffe, du verziehst das nicht so. Ausgehörert gegen wegen Lasker und Dach. Bis zum Zettel. Oh, schön. Oh, so stark. Stark aber jeden. Wo ist 8. Tor. Im Laufenwettbewerb. Bis zum Zettel. Aber sowas von vorher. Da gibt's auch noch mal noch das Legenda, gell? Oh, wow. Nein. Boah, das war jetzt ein ultrageiles Tor gewesen. Wahnsinn, der wird den noch genommen hat. Mit dem Kopf, Alter. Bis zum Zettel. Mir ist aufgefallen, die ausgeschiedenen Mannschaften machen wir auf. Viel geilere Tore als die, die noch drin sind. Wir sollten eine andere Liste machen. Eine eigene Torliste mit den ausgeschiedenen Mannschaften. Puh, das hätte jetzt schon für Leo glücklich sein können, hier schnell von Ausgleich zu sorgen. Ah, den hat er wirklich noch geil erwischt. Aber schade. Ups. Oh. Oh. Scheiße. Jetzt habe ich schon gedacht, das war's, wenn er den nicht gleich genommen hat. Aber auch stark von Dotti nicht bieren lassen. Ja, Ausgleich. Oh ja, Scheiße, die, das fällt mir gerade an, die Spieler, der ist der Liste, der auch brauchen sie ja noch. Und, und. Ja, der schicke ich ihn gerade zum Schluss. Mit Nachwuchs. Quasi. Im ersten Viertel von einer. Washer. 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 Stark. Hey, der Vorder. Wie der Sancho. Willa. Jetzt zu locker genommen. was machen noch eine flanke aber weiter hinten ausmolisch Nein! Fertig! das war das was du hast du reingutscht wir wollten flanken der hat dortmund ist momentan bisher Wir müssen allerdings auf diese Konter aufpassen, da haben sie noch Probleme. So ein richtig geiles Match trotzdem in sich. Ich bin aber auch gespannt, wer Torhüter des Turniers wird, weil dieses Jahr habe ich nicht so einen am Radar. Das möchte ich keiner raus, ja. Und dort ist er weit hinten. Oh. 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 Schön nicht spielen lassen. Oh. 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 sicher dass er nicht macht das war dort schon starke macht sancho hallo kundemars ist Oh, Gott. Okay. So, Doppelwechsel. Yes. Oh. Oh. Stark. Das gibt's ja nicht, da geht ja alles rein, oder? Halland! Simter-Tonier-Treffer! Ja, ich glaub, diesmal könnten sie das holen. Sie haben wirklich eine sehr dominante Form. Also wirkt jetzt nicht so dominant, aber sie machen wirklich sehr effizient ihre Chancen. Ja, mit 1 zu 4 verschaffen sie sich schon eine sehr gute Lage dann für's halben Spiel. Und das sieht dann noch nicht aus. Okay. 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 Was ist das? Alter Fuck Na kommi Da kann nur meine Spieler fallen und Hauptsache der Ball kommt im Sektion auch vor Harland 2,8 Turnier-Treffer 3 Minuten Abitern 3 Minuten 2 3 3 2 3 3 Ja, ich habe eine gute Ausgangssage. Und ich sage nur ciao, ich komme gleich wieder.